Es steht also unzweifelhaft fest, Gott liebt es nicht, wenn gerettete Christen ein Leben in Lauheit und Sünde führen. Aber ebenso klar ist, dass er diejenigen, die in Jesus Christus seine Kinder geworden sind, auch dann liebt, wenn sie falsche Wege gehen. Allerdings werden sie seine Liebe zu ihren Lebzeiten im Gericht zu spüren bekommen. Spuckt Jesus also den Vorsteher der Gemeinde in Laodizia aus seinem Mund aus, weil ihm dieser Engel nicht hingebungsvoll genug nachgefolgt ist? Wird dieser Mensch durch sein Böses oder auch nur laues tun plötzlich zum unehelich gezeugten Bastard, der das Höllenfeuer verdient? Kann ein Kind jemals etwas anderes sein als ein Kind, selbst wenn es ein schlechtes, d.h. unfolgsames Kind ist? Kann seine Geburt rückgängig gemacht werden? Oder anders gefragt, entscheidet sich unsere Rettung und Kindschaft Gott gegenüber erst nach einem langen irdischen Leben in guter christlicher Nachfolge? Erlangen wir das ewige Leben nicht allein durch das Blut Jesu, also durch den Glauben an die Heilstat Gottes für uns, sondern auch durch die eigenen guten Werke, die das Heilswerk Jesu vervollständigen? Wie und wann wird man geboren? Als Greis oder als Baby? Spuckte Jesus Petrus aus, nachdem dieser gefallen war? Nein? Was zählte dann für die Wiedereinsetzung des Apostels, seine große Leistung, seine vielen guten Werke, weil sich Petrus jetzt mehr anstrengte, um nicht in die Hölle zu kommen? Wurde Petrus erst nach seinem Fall wiedergeboren? Die Verfechter der Lordship Salvation sollten sich fragen, ob das ihr Ernst ist. Jesus sagte zu Petrus, das geht gar nicht, wehe, du bist noch mal so laut wie in dieser Nacht, als du mich verleugnet hast. Dann werde ich dich ausspucken. Dein Glaube an mich nützt dir dann gar nichts. Christ, bring genügend Frucht, sonst kommst du in die Hölle, in die Hölle. Nein, Jesus Christus ist der Treue und der wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Gemeinde Gottes. Der Herr ist der Amen in Person. Er bleibt uns treu, auch wenn wir ihm untreu sind, denn er kann sein eigenes Wesen nicht verleugnen. Offb. 3,14 Und dem Engel der Gemeinde in Laodizia schreibe, dies sagt der Amen, heißt der Treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. 2. Timotheus 2,13 Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Weil Jesus das treue, wesenhafte Wort ist, dürfen und sollen wir sein Sprechen mit unseren Herzensohren hören und ihm 100% vertrauen. Dieses zuversichtliche Festhalten an seiner für uns individuell wirksamen Wahrheit nennt man Glauben.